Ich bin im Ablauf gerade ein bisschen verrutscht. Wir spielen jetzt noch ein bisschen für euch, bevor wir hier wieder sportliche Höchstleistung sehen. Für alle diejenigen, die hier schon die ganze Zeit sitzen, es ist ganz wichtig, dass ihr euch zwischendurch auch bewegt. Wenn ihr nur den Leuten zuguckt, die sich bewegen, dann bringt das nichts für die Durchblutung. Also so ein kleiner Sitztwist, das ist schon mal angebracht. Wir wollen nur mal gucken, wer von euch noch wach ist. Wer noch wach ist auf den sitzenden Plätzen, bitte einmal kurz aufstehen. Hallo? Im Hintergrund-Segment, schon tiefschlafen. Okay, wir wollen nur wissen, wer noch da ist. Also ihr könnt euch ruhig wieder hinsetzen, die Leute, die an den Seiten stehen. Schwingt bis in die Hüfte und schüttelt alles ab, was euch hemmt. So shake, run and roll. Come on, one, two, three. All right. All right. So shake, run and roll. So shake, run and roll. Ja, 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 ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.